Mittwoch, der 19. August 2020. Es ist 18.25 Uhr. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück mit Chris Fleischauer. Willkommen an diesem Mittwochabend. Schön, dass Sie bei der Ziehung live wieder mit dabei sind. Heute wird es ganz besonders spannend versprochen. Zum dritten Mal in diesem Jahr schlägt die garantierte Jackpot-Ausschüttung zu. Und passend dazu warten 28 Millionen Euro. Und dann wollen wir mal loslegen. Kugeln und Ziehungsgeräte, die sind wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft worden. Startklar. Ihnen allen an dieser Stelle jetzt. Viel Glück. Ja, mir kommt es ja fast wie ein Déjà-vu vor. Vor fast genau einem Jahr hatten wir exakt die gleiche Situation. Es waren ebenfalls 28 Millionen im Pott. Es war ebenfalls ein Mittwoch und es war ebenfalls eine Zwangsausschüttung. Einziger Unterschied, es war fünf Tage früher als heute. Aber vielleicht sind die fünf Tage ja Ihre. 27. Mit der ersten Lottozahl geht's los. Es ist heute die letzte garantierte Jackpot-Ausschüttung in dieser Form. Denn Ende September gibt es einige Neuerungen bei Lotto. Dann ist nach der 13. Ziehung noch lange nicht Schluss. Nächste Lottozahl ist die 48. Denn dann kann unser Jackpot bis auf 45 Millionen Euro anwachsen. Und erst dann würde es wieder eine garantierte Ausschüttung geben. Natürlich nach dem gleichen Prinzip, wie wir das heute schon kennen. Weiter geht's mit der 38. Das heißt also, wenn heute kein Spieler einen Super-Sechser auf dem Schein hat, dann rutschen die 28 Millionen in Gewinnklasse 2. Dann reicht also der einfache Sechser ohne Superzahl, um Multimillionär zu werden. Nächste Lottozahl ist die 18. Ja, und wenn auch kein Spieler einen einfachen Sechser hat, das kommt ja auch immer mal wieder vor, dann gibt's für fünf Richtige plus Superzahl 28 Millionen Euro. Dann kann man das auch durch viele Lottospieler teilen. Die vorletzte ist die 5. Ja, wessen fünf Richtige sind es denn jetzt bereits? Wie viele Lottospieler fiebern jetzt genau in diesem Moment der letzten und sechsten Glückszahl entgegen? Ich hoffe, sie gehören dazu. Schnapszahl, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, 22. Das ist die letzte und sechste für heute. Das sind sie also nochmals in der gezogenen Reihenfolge, die sechs Richtigen, am heutigen Tag der Zwangsausschüttung. Und weiter geht's natürlich mit der Ziehung der Superzahl. Das entfällt natürlich auch heute nicht. Die spielt weiterhin eine entscheidende Schlüsselrolle. Ich drücke nochmals die Daumen. Viel Glück. Denn auch wenn heute jemand die sechs Richtigen mit der Superzahl hat, dann gibt es keine Garantie, also Garantie der Ausschüttung ja schon, aber keine Zwangsausschüttung oder irgendeine tiefere Gewinnklasse, denn dann gewinnt der, der die meisten Zahlen richtig hat. Und die Superzahl heute ist die 1. So, und damit stehen alle Gewinnzahlen für heute fest. Und die gucken wir uns natürlich nochmals ganz in Ruhe an. Hier sind sie, die Lottozahlen vom heutigen Mittwoch in richtiger Reihenfolge. 5, 18, 22, 27, 38, 48 und die Superzahl 1. Jetzt gibt es noch die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Leipzigung ermittelt. Und das ist sie, die Gewinnzahl im Spiel 77. Da gewinnt 7, 3, 7, 4, 9, 3, 4. Und noch die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. Da gewinnt 7, 4, 4, 2, 0, 0. Auf lotto.de können Sie nochmals alle Gewinnzahlen ganz in Ruhe nachlesen. Und das war es schon wieder. Das war die Lottoziehung am Mittwoch mit einer garantierten Jackpot-Ausschüttung. Und jetzt heißt es natürlich, dass es am Samstag automatisch wieder von vorn losgeht. Und das um 19.25 Uhr mit der lieben Miriam. Bis dahin Ihnen allen noch eine schöne Woche. Tschüss, machen Sie es gut. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original.